Englisch, Prändige Ministerin, Johnny Englisch. Das Land befindet sich im völligen Chaos. Und das Universum schickt mir Sie. Vorsicht, Ihr Kopf! Au! Haben Sie oder haben Sie nicht das Restaurant Cote du Rock in Antipis auf die Grundmauern abgebrannt? Und eine Rakete auf ein Peloton französischer Radfahrer gefeuert? Ja! Bevor Sie einen Bus beschlagnahmt und den fremden Führer vom oberen Deck gefeuert haben? Johnny Englisch. Man lebt nur dreimal. Au! Im Kino. Im Kino.